Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist die Schlampe? Sie heisst Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Ne, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Du bist ein bisschen mit mir. Du bist ein bisschen. Das ist neues. Ich habe schon regraben. Das macht mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017